Hückelhofen, Estefania Wollny, 22, hatte ihre Anhänger zuletzt hingehalten, sich, wenn überhaupt, nur sporadisch bei ihrer Community gemeldet und außer Werbung nichts von sich hören lassen. Das änderte sich jedoch am Sonntag, denn Este wandte sich nicht nur persönlich an ihre Fans, sondern hatte zudem auch große Neuigkeiten im Gepäck. In den vergangenen Monaten hatte Estefania ihre Instagram-Follower gleich mehrere Male in ihren Storys vertröstet. So hatte die zweitjüngste Wollny-Tochter erst mehrfach angekündigt, sich nun wieder regelmäßiger bei ihrer Community melden zu wollen, um dann doch wieder zur Funkstille auf ihrem Kanal zurückzukehren. Treue Wollny-Fans nahmen ihr das aber anscheinend nicht übel, zumindest an der Zahl ihrer stattlichen Gefolgschaft von mehr als 500.000 Followern hatten die leeren Versprechungen nichts geändert. Die Geduld ihrer Community wurde am vergangenen Wochenende dann endlich belohnt, denn Este meldete sich am späten Sonntagabend mit einer großen Ankündigung zurück. Die 22-Jährige bringt im März ihre neue Single Safe raus, an der sie offenbar die vergangenen Monate gearbeitet hat. Auf ihrem Kanal teilte Estefania einen Ausschnitt ihres neuesten Werks und das dazugehörige Musikvideo und lieferte in ihrer Story noch einige Infos zu dem Projekt hinterher. Estefania Wollny bringt neuen Song raus, Fans schon jetzt begeistert so sei in ihrem neuesten Song eine andere erste zu sehen, während die Nachwuchssängerin selbstbewusst prophezeite. Ich denke, dass einige von euch den Song sehr feiern werden. Die Single soll ab März auf jedem Downloadportal erhältlich sein, während sich Este schon jetzt riesig auf das Release freue, wie sie offenbarte. Ich bin sehr gespannt, wie ihr den Song und das Video findet, erklärte sie, bekam von ihren Fans aber schon jetzt jede Menge Zuspruch. Während sich viele bei Veröffentlichung ihrer ersten Lieder noch über die TV-Bekanntheit, die Wollnys, lustig gemacht hatten, kassierte Este unter ihrem neuesten Beitrag jede Menge Lob und Zuspruch. Wahnsinn, was du für eine krasse Entwicklung gemacht hast oder auch da freue ich mich schon drauf. Das ist ein sehr schöner Song, hieß es unter vielen Komplimenten in der Kommentarspalte, was vor allem die Nachwuchssängerin sehr freuen dürfte. Estefania kündigte unterdessen an, ihren Followern in den nächsten Tagen auf jeden Fall mal ein paar Ausschnitte des Videodrehs zu Single zeigen zu wollen. Ob die 22-Jährige diesmal Wort hält, wird sich allerdings erst noch zeigen. Es beginnt zu sehen. Vielen Dank.